Wir haben noch mal was ganz Besonderes vorbereitet und zwar kommen wir jetzt zur Königsklasse der Smoosies und zwar die grünen Smoosies. Wir haben heute für Sie ein Mango, kein Mango, ein Mangold und ein Würschenkohl Smoosie vorbereitet mit sehr vielen Gewürzen, die ausgesprochen günstig für Sie sind. Angefangen von Ingwer über Chili, wir haben Kubebenpfeffer, wir haben sogar frische Kurkuma hier, muss ich zeigen. Und wir haben hier auch Senf, das sind allesamt Gewürze, die sehr wärmend sind und die machen natürlich auch diese Smoothies viel verträglicher und das ist ja auch notwendig, weil wir sehr viel Grünblatt mit dabei haben. Also Mangold sowieso, aber wir haben auch Wirsingkohl da. Wir haben auch zum Beispiel hier die Blätter von den Radieschen. Ja, also man muss sie ja nicht entsorgen. Es ist gut, wenn Sie irgendwo im Smoothie mit unterkommen oder sogar Grün von unseren Möhren. Das kann alles in einen Smoothie reinkommen. Lutz, was haben wir aber hier? Wir haben da noch mehr als nur Grün. Wir haben unterschiedliche Farben und Sie werden sich sicherlich wundern, warum wir so unterschiedliche Farben haben. Wir haben verschiedene Sorten Mangold. Wir haben alte Sorten mit ausge- oder angefordert und bestellt. Wir haben einen roten, wir haben einen gelben Mangold und wir haben natürlich so einen weißstieligen Mangold, der natürlich sehr, sehr lecker ist. Und wenn Sie in den Biohandel gehen, werden Sie diese Sorten da bekommen. Wichtig ist eben, dass wir an der Stelle wieder eine gute Technik haben und diesen Mangold dann wirklich ganz fein, mit einer sehr zarten Konsistenz hinbekommen. Wir haben den Ingwer in Bioqualität geschält, einfach da mit drin und in diesem Fall nochmal schön Chili mit rein. Also wundern Sie sich nicht, wenn Sie diese Dinge zu sich genommen haben, haben Sie ein wohliges Gefühl, Ihnen wird auf jeden Fall warm. In jedem Fall. Das ist das Ideale auch für den Winter, auch für die Damen, die immer mal ein paar kalte Füße haben. Ganz klasse. Wir sollten ja einen Muntermacher machen. Wir haben gewusst, mittags kommt so eine gewisse Tiefe auf uns zu und dann sind es ja nicht nur Kaffee, die uns wach halten, es sind auch die Gewürze, die wir nutzen. Und ich glaube, diese Smoothie wird für viele etwas Überraschungs-Smoothie sein. Genau. Wir werden die jetzt nochmal fertig mixen und wir können Sie dann schon einladen, diese Dinge zu probieren. Wir mixen hier durch, bis alle unsere Produkte alle sind und wünsche Ihnen allen schon mal einen guten Appetit, sowohl beim Buffet als auch bei der Verkostung unseres Smoothies. Wünsche ich auch. So. Ach siehste, ja, etwas Eis ist immer gut. Ich nehme auch gerne ein Schiebchen mit. Dankeschön. Sind wir soweit, dass wir hier loslegen? Und los. Gut. Ich brauche noch ein bisschen Grün. Wir sind ja aber nicht so fies. Wir haben die Smoothies auch mit etwas gesüßt. Wir haben dazu frische Datteln genommen. Wir haben hier richtig tolle Datteln in Bio-Qualität. Und die geben natürlich dem Smoothie auch die gewisse Cremigkeit und Süße. Was meinst du? Bieten wir jetzt schon unsere Sachen an? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Kommen Sie einfach zu uns. Greifen Sie zu. Kommen Sie in der Märchenstedt. Vielen Dank.